Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zum dritten Teil von Let's Start Rome 2 Total War mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind unterwegs mit Epirus und werden jetzt Athen vernichten. Wir müssen diese Armee hier angreifen, denn er wird sonst einen neuen General bekommen nächste Runde, wird alle Söldner kaufen, die es gibt und mich dann damit angreifen. Das ist jetzt durchaus eine Situation, die man noch handeln könnte, denn wir haben hier eine relativ gute Verteidigungsarmee, aber unser nächster Gegner soll ja in jedem Falle Spachter heißen, deswegen, wenn wir jetzt mit Pyrrhus, unserem General, hier die mutigen Gefährten attackieren, Upsala, ich muss es mal gerade etwas schneller nochmal mit der Leertaste, so, das machen wir natürlich hier manuell. Wir müssen es manuell machen, weil wir sonst wieder Elefanten verlieren und die Elefanten würde ich mir ganz gerne noch so ein bisschen in der Hinterhand aufbewahren. Und die paar Steinstotterer und so, die kriegen wir jetzt auch so platt, also das ist jetzt überhaupt kein Problem. Da ist außerdem noch ein Spion drin, auch vor dem Hintergrund, also überhaupt vor dem Hintergrund, weil die KI diese Einheiten behalten wird und überhaupt behalten wird, das ist ja der Witz an der Sache, bietet es sich eben an, hier volles Rohr drauf zu gehen. Ich werde mal ganz kurz schauen, wir haben doch noch einen weiteren General, der hier gleich kommen sollte, genau, da ist er. Dann komm doch mal her. Ich habe übrigens zwischendrin mal eine kurze Pause gemacht, das heißt, also wir können jetzt wieder hier ganz normal weiterspielen und weißt du was, diese ganzen angeschlagenen Garnisons-Truppen, die schickst du mir direkt wieder nach Hause. Äh, jo, äh, die bitte auch. So. Oh, Moment, ich muss noch meine, äh, ja, genau, ganz genau. Ich muss mal ganz schnell noch das Profil meiner Maus umschalten. Ich habe es übrigens, also ich habe so eine Gaming-Maus von Shakun, ähm, Fire Glider oder so heißt sie, glaube ich. Und es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Maus mit, also, was heißt sehr, sehr schöne Maus? Also meiner Meinung nach die beste Maus für Strategiespiele. Äh, jetzt sagen viele, ja, da braucht man ja gar keine besondere Maus. Absolut richtig, braucht man eigentlich nicht. Es ist allerdings insofern die beste Maus. Ähm, jo, genau, ich habe das alles gemacht, soweit. Ja, es ist insofern die beste Maus, weil man sehr wunderbare Maus-Makros damit programmieren kann. So, jetzt bitte dreifache Geschwindigkeit. Äh, äh, da muss eigentlich alles sofort abhauen, ganz genau. Angriffsbefehle sind ja alle gesetzt. Wunderbar. Okay, hätten wir diese Aufgabe also schon mal erledigt. Null Einheiten verloren, perfekt. Okay. Es ist hier doch relativ wichtig, dass man die Garnisonsarmee schont, denn darauf baut halt die Verstärkungsrate der nächsten Runde auch wieder auf. Wir wollen ja gerne die Garnisonsarmee verstärken. Und das ist nicht ganz unwichtig. So. Es gibt für beide Armeen hier eine Tradition, die nehmen wir noch nicht. Das machen wir erst im, also das machen wir erst bei der dritten Armee Tradition. Pyrus kriegt auf jeden Fall, ähm, zusätzliche Bewegungspunkte als listiger General. So, und jetzt zeigt mir doch nochmal ganz kurz. Es würde sich vielleicht sogar anbieten, welche Einheiten kann ich rekrutieren? Ja, es würde sich wahrscheinlich sogar anbieten, hier ganz reguläre Hopliten zu wählen. Diese Einheiten aufzulösen, auch wenn ich's, auch wenn's mir schwerfällt. Weil wir machen das, wir überhalten nur die Kavallerie. Schlichtweg. Es hat auch folgenden Vorteil, wir müssen jetzt nicht in den Gewaltmarsch gehen, sondern wir können uns hier hinter die Stadt zurückziehen. Ja, das sollten wir sogar machen. So, und wir können jetzt hier Einheiten noch anwerben. Wobei ich jetzt fast überlege, noch eine Einheit Pikeniere zu nehmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei. Die sind halt so schlecht, dass man sie fast auflösen könnte, ne? Ähm, ich muss aber mal ganz kurz in die Fernkämpfe reingucken. Ja, doch, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Plänkler. Neun von zwanzig. Und hier rekrutiert er vier Einheiten. Das ist ne lösbare Aufgabe. Wir machen auch ein bisschen Geld nächste Runde. Ja, okay, gucken wir's uns an. Wir sind in Runde vier übrigens erst. Und das halte ich für relativ gut mit Epirus. Jetzt haben wir's auch tatsächlich geschafft, dass wir eine komfortable Situation haben. Von der aus wir, ähm, zwei Rekrutierungsplätze bekommen. Wir können einmal hier drüben rekrutieren und einmal hier rekrutieren. Das ist in der Tat sehr, sehr komfortabel. Ich muss an der Stelle mir mal ganz kurz die Nase putzen. Moment bitte. So, da bin ich wieder. Ähm, ich wollte noch sagen an der Stelle, was relativ wichtig ist, ist, dass wir jetzt, ähm, zwei Möglichkeiten für die Einheitenrekrutierung kontrollieren. Das ist insofern nicht ganz zu verachten, weil wir damit halt eine ganz gute Fullstack aufstellen können. Momentan hab ich noch die Elefanten drin, deswegen machen wir halt so wenig Geld und können nicht so viele Einheiten rekrutieren. Und ich hab auch noch drei Einheiten Söldnerkavallerie, die sehr viel Geld kosten. Insofern machen wir da auch sehr wenig Geld. Also ihr könnt schon davon ausgehen, dass wir ordentlich mehr Geld machen, dass wir hier sinnvoll einsetzen könnten. Wir haben auf jeden Fall noch genug Geld für unsere Spionen übrig, um mit ihr eine Mission durchzuführen. Darauf solltet ihr auch achten. Und wir gucken jetzt mal gerade, wie die Spachtaner hier stehen. Das ist allerdings etwas merkwürdig. Denn wenn ich das jetzt richtig sehe, ähm, dann steht diese Armee hier nicht in der Stadt. Und ich weiß nicht genau, ob das häufiger vorkommt. Ähm, wir sollten in dem Falle dann aber vielleicht wirklich einfach die Stadt angreifen. Ich denke schon, ja. Ähm, dann ändern wir die Taktik ein klitzekleines bisschen. Also spartanische Obliten sind ziemlich gut. Periogische Pekiniere sind, naja, okay. Periogische Speere, okay. Jetzt lass mich nochmal ganz kurz überlegen, wie man das normalerweise, wie man das jetzt am geschicktesten macht. Ich weiß nicht, ob eine der Armeen nicht doch immer in der Stadt stand. De facto ist es so, ich kann jedem nur davon abraten, äh, eine Armee in so einem Verteidigungsfohr anzugreifen. Ist immer total verbaut, es sei denn, ihr habt Artillerie dabei. Dann könnt ihr das benutzen, aber ansonsten werdet ihr da keine Freude dran haben. Deswegen machen wir das schon mal nicht. So, er hat aber einen Spion dabei. Das heißt, die kann ich nicht so einfach ausschalten. Ist schade. Wir machen folgendes. Also wir werden die Dämonen des Polemos, die werden wir jetzt vergiften. Und vergiften funktioniert fast immer in Runde 4, soweit ich weiß. Zumindest in der Art und Weise, wie ich jetzt hier gespielt habe. Und wenn ihr das so nachspielt, dann sollte das Vergiften bei euch auch in Runde 4 funktionieren. Das funktioniert eigentlich immer. Also wirklich fast immer. Ich kann nicht sagen, ich habe es nicht ausprobiert, ob es gegen diese Armee funktioniert. Sollte aber auch nicht der Fall sein. Im schlimmsten Falle steht diese Armee hier drin und dann vergiftet ihr sie hier. Und dann führt ihr halt dann doch eben diesen Angriff gegen die Armee hier aus. Aber wir machen es jetzt ein bisschen anders. Weil ich nicht genau weiß, ob diese Situation für euch reproduzierbar ist, greifen wir Sparta jetzt direkt an. Das heißt, wir werden jetzt mit Eusebius ins Feld ziehen. Wobei wir eigentlich auch, wir könnten das auch Pyrrhus machen lassen. Das ist vielleicht sogar besser. Weil Pyrrhus ist halt unser Supergeneral. Also komm Pyrrhus, du belagerst das mal ganz kurz. Und wir werden jetzt hier diese Armee von Eusebius werden wir jetzt mitnehmen. Aber du kannst ihm keine Truppen geben, was ich irgendwie ziemlich dämlich finde. Aber ist okay. Gut, wir hätten es auch direkt machen können. Aber naja, in Herrgotts Namen, dann machst du es jetzt halt so. Wenn ihr auf Nummer ganz sicher gehen wollt, dann nehmt ihr jetzt schon eine Armee Tradition. Ich bin normalerweise nicht so der größte Freund davon. Nehmt die normalerweise auch auf Anraten eines Abonnenten. Übrigens, der gemeint hat, nimm doch erst die Armee Tradition ab Stufe 3. Erst dann werden die wirklich gut. Und da hat er auf jeden Fall recht. Sollte man wirklich ein bisschen mit warten. Aber okay. Nicht Runde beenden. So ein Quark. Okay, dass wir da jetzt so miserabel aufgestellt sind, ist für mich vollkommen nicht nachvollziehbar. Aber im Idealfall, genau, rückt diese Armee sogar raus. Das ist hervorragend. Für uns wird es dann noch einfacher, weil wir jetzt die Überlegenheit unserer Kavallerie ausspielen können. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Nebel kann ich allerdings gar nicht gebrauchen. Das ist schon besser. Okay. Er wird jetzt halt dadurch, dass wir auf unsere Verstärkungstruppen warten müssen, wird er wahrscheinlich den Terrain-Vorteil sich sichern können. Und ja, obwohl er rückt ja raus. Er wird wahrscheinlich hier auf diesem Hochplateau campen. Passiert. Können wir nichts gegen machen, aber ist okay. Oh, warte mal. Ich starte auf der ganz falschen Seite. Beschleunigen wir das Ganze ein bisschen. Aber wir haben Elefanten. Das ist unser Vorteil. Gut, er kriegt auch Verstärkungstruppen. Sollten wir auch nicht vergessen. Aber er bewegt sich jetzt schon auf uns zu. In dieser frühen Situation Pyros einzusetzen. Ich weiß nicht, ob das eine super Idee ist. In Betracht der Tatsache, dass es hier zwei Fernkämpfer sind, müssen wir es aber eigentlich schon fast machen. Oh, Alter, du läufst ja gerade ultra scheiße, ne? Naja, Wegfindung und Total War-Titel, ne? Ihr kennt das. Okay, lauft kompakt weiter. Okay, kommt auch zurück. Ne, das schafft er nicht mehr. Aber, ja, ich weiß. Das ist, weil die KI ein verdammter Lamer ist. Aber wir können, glaube ich, hier unten mal nach den Verstärkungstruppen Ausschau halten. Zumindest mit der Tarantinischen Kavallerie ist das eine realistische Möglichkeit. Die muss aber auf jeden Fall den Plänkelmodus ausmachen. Ich habe es mir fast gedacht. Okay, kommt zurück. Eine Salva abgefeuert, das muss eigentlich schon fast genügen. Ein paar Verluste sind da in Ordnung. Wir werden die meisten Kills mit der Kavallerie machen. Wahrscheinlich noch nicht zu diesem frühen Zeitpunkt. Aber wir sichern uns jetzt den Hügelvorteil. Jetzt ziehen wir die Einheit mal hier rüber. Wir werden jetzt hier drüben in Stellung gehen. Also, dass die KI jetzt bei dieser überlegenden Truppenanzahl rausgerückt ist, ist für uns sicherlich ein großer Vorteil. Wir haben außerdem noch Elefanten, die wir sinnvoll ins Gefecht schicken werden. Halt das hier für unrealistisch, dass er mich mit den Steinschleuderern trifft, aber dann soll er halt. Hier müssen wir den Plänkelmodus mal bitte ausmachen. So, wir schicken jetzt die Pikiniere in der Phalanx-Formation vor. Ich weiß nicht, ob ich hier die Pikenverlangs bilden soll. Auf jeden Fall schicke ich auch hier meine Einheiten vor. Ich nutze jetzt die Gelegenheit, dass seine Steinschleuderer hier beschäftigt sind und werde hier in den Nahkampf gehen mit meiner... ...Kavallerie, genau. Mit den Tarantinern. Ziehe die noch ein bisschen breiter. Komme jetzt hier mit der Nahkampf-Kavallerie auf die Seite. Das hier die Steinschleuderer im Nahkampf stehen, halte ich irgendwie für relativ merkwürdig. Aber ist für uns wahrscheinlich unabdingbar. Bitte hier. Und du bitte hier. Versuchen wir die noch ein bisschen dünn zu ziehen. Sieht ganz gut aus. Warum stehst du so weit vorne? Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Wunderbar. Die Elefanten machen das eigentlich schon fast. Ja, da ist mal wieder... Das ist ein großes Problem, was leider häufig passiert, dass die Kavallerie hängen bleibt. Wir müssen auf die Helotensperrträger aufpassen. Die greifen sonst unsere Elefanten an. Können wir jetzt leider noch nicht so offensiv einsetzen, wie wir gerne wollen. Also wir haben halt auch nichts davon, wenn die Amok laufen. Das ist das große Problem bei der Sache. Ich werde die jetzt mal fokussen mit den Steinschleuderern. Das muss eigentlich zu packen sein. Das hier ist nicht optimal gelaufen. Da habe ich mich nicht gut angestellt. Aber wir haben die Stadt so gut wie sicher. Ja, doch. Jetzt können wir hier durch. Müssen wir da mit Brandpfeilen? Nee, ne? Schneller. Machen wir den Massenansturm. Lass dich bitte nicht abschießen. Ja, ihr müsst gar nicht mal anfangen zu schnibbeln. So, ich nehme jetzt die Steinschleuderer zurück. Die brauchen wir hier jetzt nicht mehr. Aber wir werden hier jetzt einmal versuchen, möglichst vorherigen Nahkampfangriff hier in den Rücken zu setzen. Es scheint geklappt zu haben. Der Ansturm mit den Elefanten in den Rücken hat nicht so gut geklappt, wie ich mir das hier vorgestellt habe. Aber es ist immer noch okay. Hier haben wir es jetzt mittlerweile gleich mal nach fast vier Minuten Zeit geschafft. die Plänkle aufzureiben. Meine Elefanten sind immer noch im Nahkampfang. Da sollten sie eigentlich nicht sein. Bitte zieh die Elefanten hier rüber. Okay, wir müssen jetzt versuchen, hier noch möglichst hohe, möglichst viele Einheiten aufzureiben. Jetzt versuchen wir hier auch noch mal einen schönen Ansturm zu setzen. Das klappt auch. Wunderbar. Damit können wir jetzt eigentlich den Rest der Truppe aufreiben. lasst mir hier gerne den Vorwurf gefallen, dass ich hier nicht ordentlich meine Einheiten koordiniert habe. Das ist sicherlich richtig. In Summe bin ich zufrieden, auch wenn meine Steinschlöderer noch alles Mögliche daran gesetzt haben, um hier meine Einheiten zu töten. Aber damit steht Sparta für uns definitiv offen. Da hinten sind einige wenige Steinschlöderer, die noch versuchen zu flüchten. Verzeiht bitte, dass ich das gerade jetzt nicht auf dreifacher Geschwindigkeit direkt mache, aber ich muss versuchen, noch hier so ein bisschen den Überblick zu wahren. Das ist ja ein Unding überhaupt, dass bei flüchtenden Einheiten die Icons verschwinden und man sie deswegen nicht mehr so leicht aufreiben kann. So, jetzt bitte auf dreifache Geschwindigkeit fortsetzen das Ganze. Die Elefanten können auch noch ein bisschen was aufreiben. Ihr erinnert euch vielleicht noch daran, als man mal eine Zeit lang mit Elefanten keine Einheiten mehr aufreiben konnte, weil die Elefanten so langsam waren und alle anderen Einheiten so schnell waren, dass man da fast nichts dran machen konnte. Knüpft ihr die auch noch vor? Hauptsache, wir haben auch den General ausgeschaltet. Das ist auch immer sehr wichtig. Vor allen Dingen, weil dann eben auch mit der Leibwache eine sehr starke gegnerische Einheit ausfällt. Ich würde sagen, wir beenden das Gefecht an der Stelle. Bei 361 Verlusten gegen 1770 Mann. Das ist eine ziemlich gute Quote. 158 Kills von Pyrrhus. Das ist ein Zehntel der gegnerischen Armee, die unser General alleine gekillt hat. Wir sehen auch hier sehr, sehr wenig Kills. Bei den Gegnern aber 72 noch durch die spartanischen Hopliten. Das ist natürlich ziemlich viel. Aber ihr seht, wir haben alle Einheiten komplett aufgerieben, haben keine Einheit vollständig verloren. Wir werden Spachter unter Jochen. Damit hat Pyrrhus einen weiteren Level erreicht. Oder hat er eine Armeetradition gekriegt? Nein, Moment. Eusebius hat ein Level gekriegt. Tatsächlich. Tatsache. Gut. Ja, was ist mit der Armee? Die müssen wir natürlich noch aufreiben. Also anders geht das hier jetzt nicht mehr. Ich werde das jetzt gerade speichern an der Stelle. Und das ist dann auch für uns der Moment, wo wir uns dann der Kavallerie und ich denke auch der Elefanten entledigen werden. Was kommt als nächstes? Wir müssen auf jeden Fall noch Knossos erobern. Das ist aber relativ einfach. Mit einer Full-Stack-Armee sollte das wirklich kein Problem für uns sein. Das Einzige, was sich hier nachteilhaft für uns auswirken könnte, ist, dass wir auf jeden Fall noch eine Runde zusätzlich brauchen werden, um unsere finanziellen Vorräte aufzufrischen. Aber das Tolle ist, Makedonien wird uns nicht in den Rücken fallen. Nein, so schnell jedenfalls nicht. Nicht bei 99 Punkten zufrieden. Wir können übrigens sogar mal fragen, ob die uns ein bisschen Geld geben wollen. So, ab 100 kann man in der Regel mal anfragen. Das machen sie, glaube ich, noch nicht. Nö. Ja, mit Thylis und den Odrisen will ich eigentlich nichts zu tun haben. Ganz im Gegenteil. Ich brauche nur eine Stadt von den Makedonen und das ist Pella. Pulpudeva kriegen wir, glaube ich, auch relativ gut, aber ist halt eben nicht so wichtig für uns. Eigentlich haben wir jetzt schon den Grundstein für ein erfolgreiches Epirus-Spiel gelegt. Wir haben sehr, sehr niedrige Verluste gehabt. Können jetzt, also diese Armee hier werden wir noch aufräumen. Ich überlege mal ganz kurz, wie lange läuft das hier schon. Ich glaube, ich nehme seit 20 Minuten auf jeden Fall schon auf. Vielleicht werde ich noch einen weiteren Teil machen und das ein bisschen zusammenschneiden und besprechen, wie man dann genau weiter vorgeht. Aber ihr seht, wir haben in Runde 4, haben wir schon unsere beiden Gegner ausgeschaltet. Also wir haben Athen und Sparta ausgeschaltet. Das ist also eine auf jeden Fall lösbare Aufgabe, wenn man sich nicht sehr ungeschickt anstellt bei den Schlachten. Ich hoffe, ich konnte in etwa zeigen, wie man das machen kann. Hier bei den Steinstellerern leider zu hohe Verluste, weil die Pikinieren nicht schnell genug vorrücken konnten und asymmetrisch vorgerückt sind. Daher erklären sich die hohen Verluste bei diesen Herban-Pikinieren hier. Hätte nicht damit gerechnet, dass die KI so aggressiv vorgeht. Aber zu dem Zeitpunkt des Spiels, wie es aktuell ist, kann man auch mal eine Einheit oder zwei opfern. Also das ist jetzt auch nicht wirklich dramatisch. Ja, damit haben wir in drei Teilen, wie gesagt, das erfolgreiche Fundament für ein Epirus-Spiel gelegt. Die nächste Aufgabe ist zuerst Knossos. Damit kontrollieren wir dann Hellas als Provinz. Da kann ein Panem-At-Kirkensis-Ellas rein, muss aber nicht unbedingt, weil das ja unsere Kulturgruppe ist. Danach kommt die Eroberung von Pella. Also da kommt schon der Krieg gegen die Makedonen. Da müssen wir natürlich bündnisbrüchig werden, anders ist das nicht zu machen. Aber ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie man das ganz gut angehen kann mit Epirus. Und dass man auch mit einer schwierigen Fraktion einen relativ einfachen Start hinbekommen kann. Ich sage nur nochmal dazu, achtet darauf, bei den Spionen ist es so, dass die Events, äh, nicht die Events, die Aktionen in diesen frühen Spielphasen offenbar relativ fest vorgeschrieben sind. Zweite Runde kann man nichts mit ihr machen. Also in der zweiten Runde kann Elektra keine Sabotageaktion oder ähnliches bei einer Armee durchführen. Ist nicht von Erfolg gekrönt. Und in der ersten Runde vergiften geht auf jeden Fall. Also der Armee der Spachtaner hier unten. In der zweiten Runde schützt sie die Armee von Eusebius. In der dritten Runde kann sie vergiften. In der vierten Runde kann sie vergiften. Ähm, und da ist es relativ egal, wie man sie skillt. Also ich mache diesen, ähm, Gepäckzerstören und Hingabe-Skill, ne, den mache ich ganz gerne. Das funktioniert. Wir sehen uns dann im nächsten Part, glaube ich, noch mit dieser Vernichtung der makedonischen Armee. Und, ähm, dann mache ich zwei kurze Cuts und zeige nur schnell, wie man Knossos erobert und wie man noch Pella erobert. Aber das könnt ihr euch eigentlich ja selbst denken. Also das ist relativ, das ist relativ leicht machbar. Okay, wisst ihr was? Ich mache, es ist ein Let's Start. Ich mache jetzt wirklich nur drei Parts. Ich greife jetzt die Spachtaner nochmal an. Ich trinke schon mal einen Schluck Siegestee. Die können gegen so viele Einheiten gar nichts machen. Trocken. Es sieht irgendwie ein bisschen neblig aus, aber ist okay. Hauptsache es ist trocken. Das ist wunderbar. Ich stelle die bitte hier hin. Die lasse ich, glaube ich, flüchten. Nee, warte, hol mir die da, nehmen wir doch noch mit. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen weiter von oben drauf schauen. Ja, ja, ja. Also von der Reihe her ist das in Ordnung. Mit den Pfeiltasten und Steuerung vor, zurück. Ihr seht, kann man die ein bisschen genauer modellieren. Das ist definitiv nicht verkehrt. Ich stelle mir die Schwachen noch hier hin. Okay, nochmal was genau andersrum. Die regulären Bürgerwehr-Hopliten, bitte so. Ich hätte eigentlich die Tarantinische Kavalerie noch zusammenziehen können, aber obwohl, ich glaube, gegen eine Kavalerieeinheit läuft das noch ganz gut. Okay, hier machen wir jetzt auch folgendes. Ihr seht, also hier, ich ziehe die noch ein bisschen zusammen. Ja, so ist ganz gut. Normalerweise, also hier ist es ja so, die Steinschleuderer, die feuern ja alles. Es ist ja nicht so wie bei Napoleon Total War oder so, dass da nur die ersten Reihen feuern. Und das ist ja bei Rome nicht so. Aber ihr seht, ich ziehe die nicht alle jetzt auf eine Linie. Ich mache das ganz oft aus Faulheit nicht. Aber so ist es definitiv praktischer. Ein Grund dafür ist folgender. Wenn die KI euch stürmt, und zwar diese Einheit, ja, und ihr im Plänkelmodus seid, der ja auch mal praktisch sein kann, zumindest für die ersten paar Gefechtsphasen kann er praktisch sein. Dann flüchtet halt hier die komplette Reihe nach hinten. Wenn die KI hier vorne an einer Einheit vorbeiläuft. Aber so ist der Abstand etwas größer. Das heißt, die Einheiten im Plänkelmodus flüchten nicht ganz so schnell. Genau, brecht die Formation bitte nicht. Sondern bleibt da drin. Ich glaube sogar, ich nehme die Elefanten noch mit in die Formation rein. Und die Kavallerie aber natürlich aus dieser Formation raus. Du kannst schon mal flüchten. Ach Gott, er meint die Stadtgarnison, das ist doch keine Verstärkung. Da ist doch ein Almosen. Noch nicht mal, das ist noch nicht mal ein Almosen. Von wo kommt er? Ah ja. Mhm. Oh, der Höhenfachter hier, der ist schon ganz gut. Da steht die Kavallerie schon hier lauernd auf dem Hügel. Und ich sehe schon, wie sie alle hier, 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 hier machen. Weil sie sich so freuen, gleich irgendwelchen Spartanern in den Rücken zu halten. Jetzt immer noch, nicht? Ach Gott. Kommt, Ladies. Da muss noch ein Feld weiter vor. Ja. Gut, ihr seid alle schon in der Phalanx. Bei den Hopliten weiß ich es jetzt gar nicht. Ich kann aber mal auf jeden Fall sagen, dass ich hier meine Speerträger auf der Seite vorbeiziehe. So. So. Bitte schießt auf die hier. Das ist blöd. Die Söldner-Kavallerie kann man jetzt hier durchaus in den Orkus jagen, sage ich mal. Die bringt uns hier jetzt nicht mehr viel. Ihr seht, hier sind ein paar heftige Verluste dabei. Aber das geht eigentlich schon. Hier hinten einmal attackieren. Und auch hier. Schneller, damit wir hier noch unsere Sonderfähigkeit einsetzen können. Na komm. Ach komm, der ist noch nicht im Einflussbereich. Nee, nicht die königlichen Spartaner angreifen. Aber hier bitte. Wir motivieren die mal gerade ein bisschen. Okay. Dann greift die königlichen Spartaner doch an. Also, ich sehe es jetzt hier nicht mehr ein, die Elefanten zu schonen. Nee, unser General greift an. Na komm, auch hier noch bitte einen schönen Ansturm. Jawohl. Gut. Klar, natürlich fahren wir hier fort. Wir machen hier das Autofeuer aus. Ich gucke mal gerade, was haben wir denn oder etwas? Hier da, ne? Ich glaube ja sonst. Hm, haben sie eine Ahnung, wie das gewesen sein könnte. Ja, dann sehen wir den Rest jetzt auf dreifache Geschwindigkeit. Also, diese Schlacht führt mal wieder vor Augen, wie wichtig das ist im aktuellen Patch. Es kann sein, dass sich das zu einem späteren Zeitpunkt nochmal gewandelt hat. Aber alleine dieses Kampfgeschehen zeigt doch auf, wie wichtig es ist. Ach, meine Bürgerwehr haut ab, oder was? Na, ist jetzt auch egal. Ein hohes Maß an Kavallerie dabei zu haben, es macht das Spiel so viel einfacher. Und gerade gegen Sparta und Athen ist die Kavallerie so von entscheidender Bedeutung. Deswegen bin ich persönlich auch gar nicht so glücklich, dass die sich permanent Kavallerieeinheiten kaufen. Das machen sie nämlich gerne als Söldnereinheiten. Und sie kriegen die ja zum Discountpreis. Die kosten dann nur ein Drittel von dem, was die bei mir kosten. Wie ist es denn da drüben? Hast du nicht noch irgendwas, was du aufreiben wolltest? Nee? Ah ja, okay, dann beenden wir das Gefecht an der Stelle. Ihr seht es halt einfach auch an den Kills 153, 68, 44. Das ist gut. Hier ganz viele Kills auch durch die Steinschleuderer. Wir haben Kollateralschäden gehabt, weil die Steinschleuderer so lange gefeuert haben. Aber hier seht ihr, es ist hervorragend gelaufen. Und das ist jetzt der Moment, wo wir uns von unseren, auch von unseren Elefanten, es tut mir leid, aber wir werden uns jetzt von denen trennen. Sie sind einfach zu teuer geworden. Und wir werden sie jetzt an der Stelle nicht mehr brauchen. Wir werden auch sofort nach Athen reinlaufen, weil wir hier halt eine bessere Einheitenverstärkung bekommen. Wir können jetzt in den, wir könnten noch, das könnte man sich mal ganz kurz überlegen. Ne, eine flotte Eier aufstellen, das ist ja totaler Quatsch. Aber wir können tatsächlich in Larissa noch eine Armee aufstellen und das machen wir, denke ich auch. Damit wir in der nächsten Runde schon hier vorne hinlaufen und Einheiten rekrutieren können. Das brauchen wir nämlich. Vier Einheiten fehlen noch hier bis zur Fullstack, das ist aber in Ordnung. In der Regel müssten wir, glaube ich, noch nicht mal welche mitnehmen. Aber es bietet sich halt an, hier noch ein bisschen zu warten, bis die Einheiten wieder aufgefrischt sind. Außer bei denen bin ich mir noch nicht so sicher. Hier würde sich das tatsächlich anbieten, die zu mergen. Das macht man mit STRG-M. Das heißt, die werden dann entsprechend zusammengezogen. Wir sollten schon schauen, dass wir das halt bei Einheiten machen, wo es sich lohnt. Die reguläre Bürgerwehr brauchen wir nicht. Die ist einfach viel zu schlecht. Euch brauchen wir noch nicht zusammenzuziehen, solange wir das auch nicht bei den normalen Piken nehmen. Und die werden wir später zu einem weiteren Zeitpunkt auflösen. Und wir haben eine hervorragende Ausgangssituation mit Epirus. Wir haben die zwei gefährlichsten Anfangsgegner ausgeschaltet. Das sind wirklich zwei Kraftpakete, mit denen man am Anfang fertig werden muss. Athen, was halt nicht nur gefährlich ist wegen den auserwählten Hopliten, sondern auch noch wegen der starken Befestigung in der Stadt. Auf der einen Seite Sparta, was wegen den wahnsinnig starken Einheiten halt auch eine ganz, 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 ganz schwierige Nummer ist. Damit kontrollieren wir Südgriechenland vollständig bis auf Knossos. Das ist unser nächstes Ziel, wo die Reise hingeht. Und Knossos dürfte zu diesem Zeitpunkt in etwa 14 Einheiten oder 12 Einheiten haben. Und mehr als 12, 14 werden sie so früh auch, glaube ich, nicht bauen. Wir würden auf jeden Fall Elektra mitnehmen. Oder einen Streiter, das könnte man auch machen. Bietet sich aber auf jeden Fall an. Ach, guck mal da, wir können da noch das Pferdchen von Telesphoros aufwerten. Das ist doch super. Wir könnten Eusebius noch ersetzen durch einen weiteren, äh, durch einen weiteren General aus unserer Linie. Das kann man sich auch überlegen, ob man das von Anfang an macht. Ich würde es aber nicht machen, damit das Spiel auf jeden Fall so weiter verläuft, wie es eben verläuft. Schau mal ganz kurz, wir haben doch bestimmt noch irgendwo so eine schöne, ne, warte mal, hier haben wir sowieso nicht eine schöne Statistik. Hier ist es doch, ne, genau. Ja. Also, wir sind in Runde 4. Wir haben das ja 269 vor Christus. Wir erhalten vier Siedlungen. Wir haben zwei Siedlungen erobert, keine verloren. Ich schau mal ganz kurz hier bei den Streitkräften. Wir haben 16 Einheiten rekrutiert. Alles Landeinheiten. Wir haben 49 Einheiten vernichtet. Das ist der Wahnsinn. Vom Verhältnis her ist es richtig krass. Fünf Schlachten geschlagen. Alle selbst geführt. Drei Landgefechte davon auf jeden Fall. Eine Siedlungsschlacht und eine Belagerungsschlacht. Fünf Siege insgesamt. 343 hingerichtet und 345 freigelassen. Wie das funktioniert hat, weiß ich nicht. Wahrscheinlich beim Erobern von Sparta, würde ich mal vermuten. Die Flotte wird Makedonien auch nicht mehr retten. Die haben schon Krieg mit zwei Fraktionen. Athen und Sparta sind weggefallen an der Stelle. Eigentlich kein Problem für uns jetzt. Aber wie gesagt, man holt sich jetzt in der Situation zuerst Knossos. So, ich schlage halt dann eben vor. Ne, noch nicht. Moment. So besser. Die Einheiten alle den Pyrrhus. Jetzt nochmal hier hin für eine Runde. Und wir ist hier hin. Wir haben jetzt die Streiter erforscht. Jetzt können wir uns irgendwas auswählen. Jetzt ist es egal. Jetzt kann man das mal. Also ich mache immer gerne hier die Torsionstechnik als erstes. Man kann aber sicherlich auch überlegen, ob man, wo ist es hier, die Gelehrsamkeit vorher noch macht, damit man ein paar Patrizier bekommt, die dann hier etwas die Siedlung aufbessern. Außerdem muss man jetzt auch noch einfach dazu sagen, wir haben ja noch gar nichts gebaut. Also da können wir unser Geld jetzt reinstecken. Aber ihr seht auch, man muss am Anfang noch nicht mal irgendwas bauen. Normalerweise würde ich das immer machen. Aber hier ist es wirklich wichtig, sich das ganze Geld für die Söldner aufzuheben. Wir erkunden jetzt erstmal Knossos. Das würden wir jetzt machen. Und wir würden jetzt, ich lasse mich mal ganz kurz überlegen, was würden wir hier jetzt typischerweise rekrutieren. 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde sowas vorschlagen. Drei Stück hier. In der nächsten Runde. Tja, weiß ich noch nicht genau. In der nächsten Runde. Vielleicht noch eine Einheit Sperrträger, eine Einheit Pekiniere und eine Einheit Hopliten. Und hier. Wir könnten uns hier schon mal Gedanken machen, ob wir hier Einheiten rekrutieren. Aber ich wäre jetzt vielleicht in dem Fall wirklich dafür, das Geld zu sparen und gegebenenfalls in Infrastrukturmaßnahmen zu stecken. Zum Beispiel. Ach, die Grube ist zu teuer, ne? Die kann ich hier nicht. Ja, schade. Naja, okay. Aber ihr seht, wir haben kein Problem mit der öffentlichen Ordnung, weil das alles unsere Kultur ist. Das ist einfach so gut. Und, achso, wir können Pyrosia befördern, habe ich ganz vergessen. Und die erste Beförderung ist ja auch immer kostenlos, ne? Können wir, glaube ich, erstmal bei allen machen. Bei Telesphorus auch noch, ne? Haha. Okay. Coole Sache. Ja. Und, äh, so sieht's aus. Mein Let's Start mit Epirus. Ich glaube, wir haben das Beste rausgeholt. Haben einen ordentlichen Start hingelegt. Haben, ähm, mit den Armeen eine ganze Menge rausgeholt. Wir müssen jetzt natürlich, ne, ähm, hier, äh, eine Hoplitenkaserne bauen. Demnächst. Vielleicht sollte man sich das auch überlegen. Die teuren Pikeniere, äh, die teuren Hopliten jetzt noch wegzulassen. Vielleicht einen Einheitssperrträger zu nehmen. Und jetzt schon mal, aber dann eigentlich eher, uh, das geht hier gar nicht. Warte mal, warum geht denn? Ah, wegen dem Marmor. Hm, ja, und eventuell hier die Holosideros-Kaserne zu bauen. Denn der große Vorteil ist dann, dann bekommen wir Bürgerkavallerie. Und wir brauchen ja auf jeden Fall Kavallerieeinheiten. Könnte man sich an der Stelle überlegen, ob man das machen will. Sie werden gegen die Makedon nützlich sein. Auf jeden Fall. Aber das dürft ihr dann entscheiden. Also ab jetzt ist es, ab jetzt könnt ihr euch das aussuchen, wie ihr weiterspielen würdet. Also das ist auch nur meine Empfehlung. Wenn ihr eine bessere Idee habt, wie man das schneller machen kann. Also wie man es in vier, schneller als vier Runden, das fände ich schon beeindruckend. Auf jeden Fall. Also ohne KI-Bugs jetzt. Also ich glaube, haben wir einen Exploit genutzt. Das Einzige, was halt nicht legit sein könnte, wäre, wenn man jetzt wirklich tatsächlich diese Kampagne startet. Makedon und ADI kein Handelsabkommen und kein Nicht-Angriffspakt mit einem machen wollen und man deswegen nochmal neu lädt. Würde ich mir auch gefallen lassen, dann zu sagen, ja, das ist aber ein bisschen lau oder lausig. Aber so schafft man es eben in vier Runden. Hey, ich glaube, das ist ganz gut. Wenn ihr den Safe-Game-Spielstand haben wollt, dann schreibt ihr mir eine E-Mail an güntershadow at gmail.com. G-U-E-N-T-H-E-R. Das hier war eigentlich als Nikolaus-Projekt gedacht. Jetzt hat es dann doch ein bisschen gedauert. Ich habe es einfach nicht so schnell geschafft, hier aufzunehmen. Aber ich hoffe, ich konnte euch gut unterhalten und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Und wenn ihr noch eine Eröffnungsstrategie von einer anderen Fraktion sehen wollt, dann sagt mir doch bitte Bescheid und schreibt mir das gerne mal drunter. Also, ja, schreibt es mal drunter. Ich gucke mal, ob ich dann dazu was machen kann. Also, hier finde ich es jedenfalls ganz interessant. In diesem Sinne, macht es gut bis zum nächsten Mal. Pax, Wubbiskum, Valete.